Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Freunde aus den USA haben mir erzählt, dass es mehr und mehr Menschen in den USA gibt, die ihre Stadtwohnungen verkaufen und die alles dafür tun, auf eine kleine Farm zu ziehen. Eine kleine Farm auf dem Land, wo sie versuchen wollen, für sich selbst zu sorgen, selber alles anzubauen, Gemüse und Obst und Tiere zu halten und tatsächlich zu Selbstversorger zu werden. Ein ganz neuer Trend, nicht nur in den USA, sondern vielleicht sogar weltweit. Die Flucht zurück aufs Land. Wir wissen das alle. In den vergangenen Jahren wurde uns gesagt, die meisten Menschen wollen in die Stadt. Da gibt es Arbeit, da gibt es Infrastruktur, da gibt es Schulen, da kann man gut leben. Das hat sich in den vergangenen, vielleicht gefühlt sogar erst zwei, drei Jahren massivst geändert. Und jetzt fängt dieser Boom, der Boom der Stadtflucht, der fängt erst wirklich an. Immer mehr Menschen wollen lieber auf dem Land leben, wollen ihre Kinder auch lieber auf dem Land erziehen als in der Stadt. Eine ganz neue Entwicklung. Und wie gesagt, weltweit. Auf Bali genauso. Die Menschen wollen weg aus Denpasar, aus Seminyak, aus Canggu. Sie wollen in die Natur. Sie wollen in die friedliche Natur, in die Gegenden, wo wirklich auch noch Reis angebaut wird. Sie wollen wieder mit ihren Händen arbeiten. Zurück zur Natur. Das Leben ist voller Veränderungen. Es ist eine einzige Veränderung. Unser Hiersein, Dasein, unsere Erde, alles ist eine gigantisch große Veränderung. Und zurzeit sehen wir eine Veränderung in eine, ja, in eine Richtung, die uns eigentlich zurückführt. Und gleichzeitig sehen wir es auch in anderen Bereichen, eine Veränderung, die uns zurückführt zu alten, alten Gewohnheiten. Ihr erinnert euch, in den 70er, 80er, 90er Jahren die Abrüstung, ja, die Abrüstung. Was hat die Friedensbewegung? Was haben viele, auch westliche Menschen, junge Menschen, Intellektuelle, Künstler? Was haben viele Menschen dafür sich eingesetzt? Für die Abrüstung. Ja, und es hat mehr oder weniger funktioniert. Jetzt gerade findet das Gegenteil statt. Wir fangen wieder an, aufzurüsten. Einige große Firmen, darunter auch Rheinmetall, die freuen sich. Die dürfen wieder Panzer herstellen. Und zwar wo? Da, wo sie gebraucht werden. Direkt vor Ort soll eine neue Fabrik gebaut werden. Des einen Leid ist des anderen Freud. Kann man auch umdrehen, ja, aber des einen Leid ist des anderen Freud. Wir sehen eine Entwicklung, die gegen, und das ist meine persönliche Meinung, gegen die Interessen der Menschen, der Menschheit womöglich sogar, sich entwickelt. Eine Entwicklung, die vorgegeben wird von, ja, von wem? Die Menschen reagieren. Reagieren und sagen, ich will das nicht mehr. Ich gehe raus, ich gehe auch raus aus der Stadt. Ich gehe raus aufs Land. Aber die Entwicklung wird uns vorgegeben von, ja, von Interessen. Und da geht es vor allen Dingen um Macht, um Ego. Ihr wisst, in den ersten Videos hier auf diesem Kanal habe ich so viel über das Ego gesprochen. Das Ego, welches wir haben, welches wir brauchen, welches aber Teil ist unseres großen Ganzen, Teil dessen, weshalb wir hier sind, Teil dessen, weshalb wir hier sind, an uns zu arbeiten. Aber wenn ich nur auf mein Ego höre, nur aus meinem Ego heraus agiere, dann ist das eine Situation, die sehr gefährlich ist, die tatsächlich auch Menschen zerstören kann. Und wir sehen das gerade. Wir sehen gerade, was passiert. Wir sehen auch eine, wir sehen Politiker, nicht nur eine Politikerin. Wir sehen Politiker, ganz viele, ich möchte jetzt nicht nur eine nennen, ganz viele Politiker, die, ja, gefühlt ins Fettnäpfchen treten, die statt zu diplomatisch zu agieren, wirklich mit der Holzhammer-Methode in die Welt hinausziehen. Okay, und jetzt nenne ich den Namen oder die Funktion einer Außenministerin, die in die Welt hinausgeht und wirklich auch andere wichtige Persönlichkeiten in der weltweiten Politik, in der internationalen Politik anschreit und sagt, wir müssen das beenden. Jetzt stellt euch mal vor, derjenige, der da gemeint wurde, der Große, der aus dem großen Land, der Kleine aus dem großen Land, der würde sagen, ja, klar, wow, das ist mal eine Politikerin, die hat Recht, das ist gut. Und ich beende das heute. So, ich rufe jetzt an oder ich teile mit, mit Hilfe meiner Medien, dass ich alles zurückziehe, ich habe keinerlei Ansprüche mehr, interessiert mich nicht mehr, nimmt, was ihr nehmen könnt, ist mir egal, nimmt dieses Ganze, diese ganzen Teile, von denen ich ja der Meinung bin, dass sie zu mir gehören und das andere Land der Meinung ist, dass sie zu dem Land gehören, nimm. Ich habe keine Lust mehr auf Ärger, auf schon gar nicht darauf, dass Menschen, dass meine Bürger ihr Leben lassen müssen. So, ich beende das von heute auf morgen. Jetzt, in diesem Augenblick. Was glaubt ihr, was passieren würde? Diese Ministerin würde ihren Job sofort verlieren. Denn darum geht es gar nicht. Es geht um Interessen. Es geht um Macht. Es geht um Durchsetzungsvermögen. Es geht um internationale Politik. Es geht um große Worte. Das direkt, sofort beenden. Wenn jemand das wirklich machen würde, das wäre die allergrößte Katastrophe. Das würde niemand wollen. Die Amerikaner würden sagen, oh je, oh je, das haben wir gar nicht erwartet. Was ist das denn? Das bedeutet ja, das war all das, was wir jetzt produzieren wollen, um das zu beenden. Das brauchen wir nicht mehr. Nee, 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 nee. So geht das nun mal gar nicht. So einfach geht das nicht. Ihr könnt nicht so, er kann nicht einfach so aufgeben. Das funktioniert nicht. Wir sind in eine verzwickte Lage geraten. Weltweit. Alle zusammen. Kollektiv. Und keiner von uns kann irgendjemandem dafür die Schuld geben. Niemand. Ja, einige werden sagen, doch, unsere Politiker. Nein, wir können unsere Politiker nicht die Schuld geben. Wir sind alle mit in diesem Boot. Wir sind alle mitgehangen, mitgefangen. Keiner von uns ist ein Engel. Und keiner von uns ist ein reiner Teufel. Wir haben beides in uns. Engel und Teufel. Beides. Packt euch an die eigene Nase. Wo sind wir bereit zu teilen? Wir sind einzig und alleine hier auf dieser Erde, um zu teilen. Und deswegen suchen wir ja auch immer die Nähe zu anderen Menschen. Wir suchen die Nähe zu anderen Menschen, weil wir eigentlich nur eins möchten. Wir möchten eigentlich nur geben, teilen, gemocht werden. Das sind die Dinge, die wir möchten. Stattdessen ist unser Ego so stark geworden, in ganz vielen Bereichen, bei ganz vielen Menschen, dass wir uns nicht mehr zusammensuchen, sondern uns immer weiter voneinander entfernen. Das sehen wir überall. Wir sehen immer mehr Einsamkeit. Wir sehen immer mehr Ängste. Ehen, die auseinander gehen. Kinder, die misshandelt werden. Jugendliche, die nicht mehr weiter wissen. Die nicht mal mehr zur Schule gehen, weil sie sagen, hat ja eh alles keinen Sinn. Zukunftsorientierungslosigkeit, Zukunftsängste. Wir sehen so viel. Die ganze Palette, die ganze Bandbreite, alles, was es in der Psychologie gibt, all das ist zur Zeit stärker als jemals zuvor in unserer Gesellschaft anwesend. Aber wie kommen wir da raus? Wir kommen da nur gemeinsam raus. Und zwar durch radikales Umdenken. Und das radikale Umdenken fängt bei uns an, ja? Es fängt da an, zu sagen, ich bin mit in diesem Boot. Ich bin mit dafür verantwortlich. Natürlich kann ich immer allen anderen die Schuld geben. Und es mag auch sein, dass wir unfähige Politiker haben zur Zeit. Unfähige Diplomaten. Unfähige Dies und Unfähige Das. Gierige Banken. Gierige CAOs. Mag alles sein. Aber die Frage ist, welche Rolle spiele ich darin? Was kann ich darin verändern? Welches Vorbild kann ich sein? Wo kann ich bei mir selbst anfangen? Wo kann ich bei mir selbst anfangen? Und vielleicht in den kleinen Streitereien bei mir, in meinem Umfeld, vielleicht in meinem Zuhause, anfangen, vielleicht auch mal anders zu denken? Sonst fressen wir uns auf. Dieses Sprichwort Angst, essen Seele auf. Angst ist immer der schlechteste Ratgeber überhaupt. Aber zur Zeit spielt er eine ganz große Rolle auf dieser Erde. Und das sollten wir nicht vergessen. Wir sind stark. Wir sind die Kinder Gottes. Und wir haben ganz viel zu tun. Danke, dass ihr bis zum Schluss zugeschaut habt und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und ich bin dank.